Hallo zusammen, ich bin BersugummiBaum und sorry für die späte Stream-Ankündigung, ich habe ein bisschen misskalkuliert, deswegen werden wir auch erst um 6 Uhr streamen, also eigentlich schon in einer Stunde, weil die Ankündigung selber auch so spät ist. Wir werden zuerst mit der Band und Chip anfangen und dann die RimWorld können nie weiterspielen. Ich freue mich, wie immer bei jedem, der vorbeischaut. Bis dann!